Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Let's go! Und zwar werden wir heute auf die Bewerbungen reagieren, die ihr uns eingesendet habt, unter den Hashtag LGWKanBewerbung, Digga. Alle Videos, die hier sind, die werden wir anschauen. Die, die hier sind, die haben das richtig gemacht mit dem LGWKanBewerbung. Also, falls ihr nicht dabei seid, dann weiß ich jetzt zwar nicht warum, aber... Also, wie soll ich sagen? Sprachen lernen? Es dürfte mal alles hier sein. Ein paar haben auf jeden Fall mehrere Clips angesendet, ist aber kein Problem. Mehr als für mich. Danke Jungs, danke. Pro 100 Views sogar. Ja, sind auf jeden Fall einige Clips angesendet worden. Eins, zwei, drei, vier. Irgendwann später. 27, 28, würde ich mich täuschen. Okay, ist auf jeden Fall echt nice Jungs. Wie gesagt, es kommen 10 Leute zu den Hauptklan, wo wir Turniere gemeinsam spielen werden. Aber nicht traurig sein, wenn ihr nicht reinkommt Jungs. Wir machen einen Clan, wo ihr zum Beispiel jetzt euren Namen so ändern könnt. LGW, Lukas oder so. Also, wie ihr möchtet, den Namen könnt ihr hier ändern. Oder Tobias, ist ganz egal. Und dann seid ihr schon bei uns im LGW-Clan. Und wir werden dann mit allen zusammen Videos machen, Projekte machen. Der einzige Vorteil ist, wenn ihr unter den 10 Leuten drin seid, wo wir jetzt die Bewerber hier aufnehmen, dass ihr einfach Turniere mitspielt. So Leute, wir werden jetzt hier mit dem ersten Bewerber anfangen. Hey Leute, was geht ab? Und vor allem bei Luke, ich will eine Clanbewerbung für den LGW-Clane machen. Okay, da bist du hier richtig. Hallo, hallo. Spiele kann ich nicht, also kann ich jetzt genau nicht gerade via Switch aufnehmen, sondern ich kann nur via Mobile und ich habe das mit Luke abgesprochen. Ja, so will ich jetzt mal einfach ein paar Tipps machen. Nicht wahr. Ich bin ein bisschen Yamaha hier. Ah, Handy eingeschalten lassen, mein Video. Sehr gut. Das ist sehr gut. So, okay, dann haben wir hier ein paar Borskis von ihm. Ich muss sagen, ich bin nicht der Beste. Das wissen wir, glaube ich, das wissen wir. Das hat doch keiner erwartet von dir. Ich weiß, Jungs, das ist ein Mord von mir. Ich verarschne gerne immer ein bisschen. So, okay, Triple Layer hier. Ich glaube, vier Layer, nennen wir das so. Das war auch dabei auf jeden Fall. Aber Unob City wahrscheinlich von Gommi hier. So, okay, ein paar Baudings. Edit war nice da, okay. Edit. Schnell, aber unnötig. Okay, werden wir uns merken auf jeden Fall. Gommi, danke für deine Bewerbung. Abfahrt, Digga. So, okay. Ach, nee, Digga. Nein, nicht Captain Kev. Ich weiß ganz genau, dass das keine richtige Bewerbung ist, ne? Okay, let's go. Alle, die Captain Kev kennen, die wissen bestimmt, was jetzt kommt. Let's go. Moin, Leute, euer Captain Kev ist am Start. Jetzt schon wieder los. Kein Bock mehr weiter zum Schauen. Ich mache eine Bewerbung für den LGW-Clan. Hat er richtig abgelesen? Kann man schon mal klatschen auf jeden Fall. Also, ich würde echt gern dabei sein. Und, ja. Ja, du würdest, würden und könntest auf jeden Fall. Mal schauen, ne? Und jetzt da kamen meine Skills und meine Schwächen und alles um und ran. Ja, Digga. Dann dauert es wieder mal zehn Minuten, wenn er da die Schwächen reinpackt. Und viel Spaß beim Zuschauen. Ciao. Ciao. Okay, perfekt. Das war's. Leute, nix denken, wenn ich ein bisschen ins Gemeinbind zu Captain. Es sind ein paar Freunde von mir auch dabei, ne? Die kann man schon ein bisschen verarschen. Aber gerne eine Mucke, Captain. Captain, geil Geschmack. Uh. Yeah. Let's go. Aber ich mach das hier auch einfach mal aus hier. Ganz leise hier. Hat ein bisschen übersteuert dran gemacht. Okay. Ja. Also, es... Man kann schon mal... Ja. Ich weiß ja nicht, ne? Ja. Dribble Layer, das hat auf jeden Fall drauf. Auch nicht ganz, aber... Ja. Modes hat auf jeden Fall auch schon mal gekauft. Hey, Jungs. Das war's mit meiner Bewerbung. Also, den Dauer in Sekunden gebaut. Normalerweise kann kein Problem das überwinden. Verbaut hab ich mich ja fast gar nicht. Also, und ja. Ja. Digga, hier haben wir sogar mit's Outro. GG, Captain Kev. Geile Bewerbung. Ja, ähm... Ja, also, wenn du noch Hoffnung hast, kannst du dranbleiben. Ich glaub, aber... Ja. Okay, nächste Bewerbung hier von Doxxys. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist absolut dumm. Ich glaub, der hat dafür viel geile Chance. Zwölf Likes sogar. Pro Abo. Hab ich noch gar nicht da gelassen wie ihm. Jetzt auf jeden Fall. Uh. Nice. Geiles Intro auf jeden Fall schon mal. Gefällt mir. Moin. Kommt zu einem weiteren Video. Ich hab einfach ein paar Rotation Games Clips zusammengepackt. Und ja, viel Spaß mit den Clips. Digga, geil geschnitten. Find ich geil. Hier war das hier auf dem Edit vom Gegner. Geil. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut hier. Schnelle Edits. Schön. Gute Reaktion an der Fanfall. Stabiles Aim. Doxxys sowieso kenne ich sowieso schon lange. Hab mit dem auch schon ein paar Mal gezaugt. Also. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der im Claren dabei sein wird. Aber. Das werdet ihr alles auch erfahren, wer dabei sein wird. Dann Doxxys. Ich glaub, du bist auf jeden Fall schon mal safe dabei. Du bist, glaub ich, hier bis jetzt der Beste nach Captain Kev. Nicht. Danke für deine Bewährung, Bro. Abo, Like, Kaste. Du bist auf jeden Fall dabei. KS, BLEON, der Nächste hier. So. In Kreativmodus hier ein bisschen Bauskiss zeigen. Okay, nice. Springt hier auf der Seite vorbei bei der Pyramide. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. 4 Layer, stark. Nein, die sind nicht schlecht. Drückt ein bisschen zu viel X, glaub ich. Aber ist auf jeden Fall stark schon mal die Bauskiss hier. Dauert noch 25. Okay. War nicht schlecht. Bro, wir merken uns. Dein Name auf jeden Fall KS, BLEON. Bis zum nächsten Mal. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es freut sich alle Leute, die sich beworben haben, weil es sind alle im Clan. Nur 10 Leute, wie gesagt, sind halt in dem Clan, wo wir zu Niederspielen werden. Aber mit den anderen werden wir Videos machen. Wir werden Projekte machen. Da möchte ich mich verabschieden. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken an alle Leute, die sich beworben haben. Es waren wirklich mega, mega viele Bewerbungen. Hätte ich echt nicht gedacht. Danke Jungs, fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.